Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen und worum wird es heute gehen? Heute geht es um die Gefahren beim Konsum externer Services. Und wenn du darüber mehr wissen willst, dann bist du hier genau richtig. Dieses Video ist unterteilt in mehrere Hauptlücke und wir werden uns jetzt als erstes einmal um die möglichen Sicherheitsrisiken kümmern, also Security. Und eine der ersten Gefahren sind zum Beispiel Data Exposure. Was hat es damit auf sich? Data Exposure bedeutet, wenn ich mit externen Services kommuniziere, dann sende ich Informationen von mir zu diesen externen Services. Und was kann dann natürlich passieren? Die Informationen können natürlich dann auch mein Hoheitsgebiet verlassen oder sie verlassen mein Hoheitsgebiet. Und damit hat man prinzipiell immer das Problem des Data Exposure, das heißt Informationen bluten aus dem Informationssystem, was mir gehört, raus zu den externen Services. Und im schlimmsten Fall habe ich eben dementsprechend Verlust von übersendeten Daten. Ja, und sobald ich natürlich mit externen Services kommuniziere, habe ich natürlich auch sofort die Herausforderung der Authentifikation und Autorisation, weil auch das muss ich natürlich unter Kontrolle halten. Das heißt, hier kann es natürlich passieren, dass da etwas schief läuft und andere zum Beispiel mir etwas schicken oder beziehungsweise in mein System reinkommen oder ich eben bei solchen Systemen an falsche Adressen komme und und und. Also das allgemeine Authentifikation, Autorisationsproblem habe ich natürlich sofort, sobald ich mit externen Services kommuniziere. Ja, und sobald ich mit externen Services kommuniziere, was habe ich dann natürlich auch? Ich sende Daten raus und bekomme Daten zurück. Das heißt, diese Daten, die ich dann verarbeite, da können natürlich auch Injection Attacks durchgeführt werden. Das heißt, dass ich dort kompromittierte Daten bekomme. Ich muss also Input Validation betreiben, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass die Daten, die mir gesendet werden, auch immer gutwillig sind oder dementsprechend, was ich erwarte, die Gegenseite, kann ja auch eben kompromittiert worden sein. Also hier habe ich sofort die Gefahr von Injection Attacks. Ja, und dann ist natürlich sofort auch die Herausforderung mit Deny-of-Service-Attacken und das in beidseitige Richtung. Das heißt, einmal kann natürlich dieses System missbraucht werden, um Deny-of-Service-Attacken auf mich durchzuführen, beziehungsweise es kann Ziel einer Deny-of-Service-Attacke sein und damit eben auch für mich nicht mehr erreichbar sein. Und was wäre denn eine Sicherheitsanalyse oder eine Aufzählung von Risiken ohne Man-in-the-Middle-Attack? Der Klassiker schlechthin, der kann natürlich auch jederzeit passieren, sobald ich mit irgendwelchen anderen Parteien kommuniziere, weil da kann jemand dazwischen und kann dann entweder Anfragen und Antworten manipulieren oder, oder, oder. Also ganz klassisch Man-in-the-Middle-Attack. Sobald ich mit externen Service kommuniziere, bin ich auch da in einer Art Abhängigkeit. Also ich habe Dependency-Risks, weil ich ja von deren Sicherheitsmechanismen, Praktiken, Zuverlässigkeiten dann auch abhängig bin. Das heißt, hier besteht eine Dependency-Risk zu meinem externen Service. Also alles zusammen, jede Menge reine Sicherheitsrisiken, die man da hat. Das eine oder andere wird sicherlich schon bekannt sein. Ich bin jetzt hier natürlich nicht in die Details eingegangen. Das werde ich dann in einzelnen Videos machen, wenn ich einzelne Risiken dort dann herauspicke. Aber für eine Übersicht der reinen Sicherheitsrisiken sollte das schon mal ausreichen. Aber es gibt natürlich auch ein ganz anderes Spektrum an Risiken, wenn ich externe Service eben konsumiere. Und da muss ich mir eben auch im Klaren drüber sein. Und da werden wir jetzt uns dem zuwenden. Ja, ich habe natürlich auch das Risiko der Performance. Also externe Services werden ja teilweise genommen, um eben Performance-Bottlenecks loszuwerden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite kaufe ich mir natürlich auch neue Performance-Bottlenecks ein. Und das ist zum Beispiel als erstes, was man dann nennen kann, Latency. Und da muss mir schon klar sein, dass wenn ich mit irgendetwas kommuniziere, was außerhalb meiner Grenzen ist, dass ich da eben auch Latenzen habe. Also sprich, ich habe Turnaround-Zeiten der Kommunikation, die ich mir per se sofort erstmal einkaufe. Und ja, damit muss ich eben umgehen, weil auch diese Latenzen sind ja auch variabel. Die sind ja nicht garantiert, dadurch, dass es meistens auch durch öffentliche Netze geht. Und dann kommt natürlich auch gleich dazu, ist der Service überhaupt erreichbar? Das heißt, es liegt ja nicht in meiner Hoheit. Ich habe vielleicht Verträge mit Service-Level-Agreements und allem drum und dran. Das ist ganz schön für die juristische Sicherheit. Aber wenn das System nicht erreichbar ist, ist es nicht erreichbar. Und damit kann eben mein System zum Beispiel auch signifikant gestört sein, bis hin zu nicht mehr funktionieren. Und das muss einem klar sein, wie verfahre ich eigentlich, wenn dieser externe Service dann nicht mehr da ist. Also gibt es einen Notbetrieb, habe ich da eine Alternative, kann ich diese Aufgabe übernehmen? Also die Availability ist durchaus ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor. Ja, und dann muss mir natürlich klar sein, wenn ich externe Services da konsumiere, dass ich an der Stelle natürlich auch eine Bandbreite benötige. Und die muss verfügbar sein, die muss garantiert sein. Ansonsten bringt mir das ja auch nicht sonderlich viel, wenn die Daten leider nur noch langsam zu mir hineintröpfeln. Also das Thema Bandbreite gehört durchaus zu dem Thema der Performance-Risiken, die man sich dann nochmal anschauen muss. Und ein weiteres Risiko ist natürlich Data-Overhead. Das gehört auch zu den Performance-Risiken. Dadurch, dass ich natürlich jetzt Daten verpacken muss, transformieren muss, dann übersenden muss, wieder empfangen muss, entpacken muss und wieder zurück transformieren, habe ich natürlich dementsprechend auch ein Data-Overhead. Das heißt, ich produziere Daten, die nur technisch bedingt sind, aber gar nicht meine Geschäftsbrot-Logik dienlich. Also das heißt, ich habe jetzt hier technische Implikationen, die eben auch zu Performance-Risiken werden können, weil zum Beispiel alles erstmal in JSON verpackt werden muss, hin und her und wieder gepasst werden und und und. Kommen wir nun zu den Reliability-Risks. Also hier geht es darum, zum Beispiel, wenn man sowas wie Service-Outages hat, dass eben der Service, den man da konsumiert, selber Maintenance-Zeiten hat, ausfällt und so weiter. Und da muss man sich halt überlegen, wie diese Reliability, also meine eigene Zuverlässigkeit an der Stelle, gesichert ist, wenn dieser Dienst seinen Dienst nicht mehr erfüllt. Und da geht es wirklich ganz klar um die Zuverlässigkeitsbetrachtung des Ganzen. Das heißt also Maintenance-Zeiten auf deren Seite, Ausfall auf deren Seite. Was ist eigentlich, wenn der im Rechenzentrum mal unter Wasser steht und Sie Ihren Dienst einfach nicht mehr anbieten können. Und mit diesem Risiko und dem daraus folgenden, dass man eben selber seinen Dienst aufrechterhalten muss, falls man das kann, muss man sich natürlich auseinandersetzen. Ja, dann, was natürlich auch die Zuverlässigkeit beeinträchtigt ist, wenn wir Changes im API haben. Also, das heißt, die verändern ihr API. Kann ich dem eigentlich folgen? Was hat das eben für mich zur Folge? Erstens der Zeitpunkt, wenn Sie das API wechseln, kann ich das eigentlich schnell genug vor? Also weiß ich das früh genug, dass ich mich darauf einstellen kann und dann der Wechsel erfolgt? Ist mein Anbieter so gut, dass er zum Beispiel sagt, er hat eine neue Version des API, bietet aber das alte für Migrationszeiten noch an? Bietet das neue API denn auch genau die Funktionalität, die ich benötige in der Art und Weise, wie ich sie benötige? Das sind alles Fragen, die eben dann auch zu meiner Zuverlässigkeit hinzugerechnet werden müssen, weil es ist nicht immer so, dass eben auch die großen Anbieter sich, sagen wir mal, dazu herablassen, hätte ich beinahe gesagt, aber dazu, sagen wir mal, motiviert sind, alte APIs länger laufen zu lassen, gerade wenn ich selber Legacy-Systeme habe, die nicht so schnell ändern kann und und und. Das ist eben alles, was für mich im Bereich Zuverlässigkeit, also der Reliability, durchaus eine Rolle spielt und ich das unter diesem Gesichtspunkt dann eben auch bewerten und einplanen muss. Dann habe ich natürlich noch ein ganz anderes Problem und zwar, es kann ja durchaus sein, dass zum Beispiel die Preisstruktur dieses Anbieters sich verändert, dass auf einmal bestimmte Kontingente teurer werden oder dass die Abrechnungsmodalitäten sich derart verändern, dass es zu einem finanziellen Impact kommt, dass dieser Service für einen selber auf einmal gar nicht mehr so lukrativ ist, im Gegenteil, sogar zu einem finanziellen Risiko wird. Dementsprechend habe ich hier natürlich auch immer so die Gefahr über die Zeit, dass nicht nur das API sich ändert, sondern dass eben auch die Finanzstruktur, die Finanzströme sich ändern und das dann dazu führt, dass ich diesen Dienst auch wieder loswerden muss oder ersetzen muss oder wie auch immer. Also wenn man selber finanzielle Probleme hat im Unternehmen, das nicht mehr ertragen kann oder zum Beispiel auch das Unternehmen, was diesen externen Service anbietet, zum Beispiel finanzielle Risiken hat oder finanzielle Probleme hat und dann bestimmte Dinge auch nicht mehr so anbieten kann, wie es eigentlich mal gedacht war oder vertraglich zugesichert war. Also auch das ist ein, sagen wir mal, ja, durchaus ernstzunehmender Punkt in der Zuverlässigkeit solcher externen Systeme. Dann kommen wir zum letzten Punkt dieser Kategorie und das ist der ganz klassische Data Loss. SuperGAU, ich habe irgendwo einen Backup-Server gekauft und speichere dort meine Daten und die verlieren diese Daten schlicht und greifen, weil sie selber Quatsch gemacht haben. Das geht über alle Systeme, ob das Buchungssysteme sind, ob das irgendwelche Eventsysteme, was auch immer sind. Also ein ganz klassischer Data Loss kann natürlich auch bei anderen passieren und man hat selber nicht wirklich Einfluss da drauf und dementsprechend ist das ein Risiko, was, ja, es gibt sicherlich vertragliche Klauseln und es gibt sicherlich auch, was weiß ich, da Schadensersatzforderungen und, 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 die man da seelisch dann angehen kann. Aber wenn so ein Rechenzentrum unter Wasser steht, dann steht es unter Wasser und dann ist es erstmal kaputt, ja, so, fertig. Und dann, ja, dementsprechend, das kann jedem mal passieren und das ist aber etwas, was man einkalkulieren muss, dass die Daten, die dort sind, eben auch verloren werden können. Dann kommen wir zum nächsten Risiko, wenn man externe Services benutzt und das sind Compliance Risks, ja, oder Legal Risks. Also, womit habe ich denn damit zu tun? Und da wäre zum Beispiel Data Governments, ja, oder Violations. Das heißt, also, ich habe durchaus das Problem, wenn ich zusichere, meinen Kunden, dass Daten bestimmten Anforderungen entsprechen, dass ich natürlich auch zusehen muss, dass mein Zulieferer oder der, den ich da mit einbinde, diesem auch entspricht und wenn dem nicht so ist, dann kann ich relativ schnell auf einmal im Bereich Datenschutz oder ähnlichen Probleme bekommen. Und was gehört natürlich auch zu Rechtsproblemen, das Terms of Service Violation. Das heißt also, wenn ich Services anbiete mit einer spezifischen Funktion, Service Level Agreements und Ähnliches, und ich die nicht mehr einhalten kann, weil mein Zulieferer neuralgische Punkte besitzt und das dann schief geht, dann habe ich da natürlich auch gleich Terms of Service Probleme. Das heißt also, mein Dienst funktioniert ja nicht mehr so, wie es spezifiziert und meinetwegen auch vereinbart ist. Ja, und dann ist natürlich auch noch die Operational Risiken, Operational Risk. Und da wäre als erstes zu sagen, die Kosten. Wenn ich natürlich einen externen Dienstleister habe oder einen externen Dienst habe, auf den ich angewiesen bin und die erinnert die Kostenstruktur, dann wird der Betrieb meiner Plattform vielleicht schlicht und ergreifend so teuer, dass mein ganzes Produkt sich nicht mehr rechnet und ich da eben mit meinen Kunden reden muss, Preise erhöhen muss oder schlicht und ergreifend das Ganze nicht mehr rentabel ist. Ja, und dann habe ich natürlich auch eine schlicht und ergreifende Vendor Login. Das heißt, wenn ich natürlich eine ganz spezielle Funktion eines Cloud-Providers oder eines Anbieters oder was auch immer nutze und diese Funktionen nicht generisch sind, sondern wirklich eben abhängig von diesem Anbieter, dann habe ich da einen ganz klassischen Vendor Login und dementsprechend dort mal wieder wegzukommen, bedeutet eben Zeit, Geld, Aufwand in jedweder Form. Ja, und dann habe ich natürlich, wenn ich mit extern arbeite, auch nur eine gewisse Kontrolle darüber. Das heißt, ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, alle so zu kontrollieren, wie ich mir das vorstelle und das nennt man dann eben Limited Control Risk und das ist auch ein ganz klassisches Ops-Problem, weil, was ich in der Hand habe, muss ich einfach so nehmen, wie es läuft und ja, das ist ein Risiko. Entweder es funktioniert so oder eben nicht. Kommen wir also zu den Skalierungsrisiken und wenn ich wachsen möchte, das ist gut, dann müssen ja auch sämtliche externen Services mitwachsen können. Also sie müssen mit skalieren können und wenn ich das nicht garantieren kann oder wenn das rein technisch nicht so funktioniert, dann habe ich durchaus eben ein Skalierungsproblem, was dann meine Geschäftsprozesse natürlich maßgeblich beeinflussen kann. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Skalierbarkeit Richtung Ressourcen. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, mehr Speicherplatz brauche und es gibt es einfach nicht, weil das Angebot, das es nicht hier gibt oder der Dienstleister es nicht umsetzen kann, dann habe ich dann natürlich ein Ressourcenproblem. Das gilt für alle Ressourcen, das kann Bandbreite sein, CPU sein, das kann was auch immer und dementsprechend muss man da eben auffassen. Es können zum Beispiel auch personelle Probleme sein, dass bestimmte Service-Dienstleistungen dann nicht mehr abgebildet werden können oder können, das heißt, ich möchte auf einen 24x7-Betrieb hin, aber mein Dienstleister, der diesen externen Service anbietet, der kann keinen 24x7 anbieten, dann habe ich ein Problem. Und das ist dann vielleicht schlicht und ergreifend ein menschliches Problem, weil sie einfach dafür nicht das Personal haben. Also auch das ist wachstumshemmend oder ein Risiko beim Wachstum und auch das kann, wie gesagt, dazu führen, dass das eigene Wachstum massiv verhindert wird. Kommen wir nun zu Monitoring Risk oder Monitoring Debugging Risk. Also, das heißt, ich habe ja bei externen Services auch nur eine begrenzte Sicht in die Dinge. Das heißt, ich kann bis vor das API schauen, aber ich kann nicht reinschauen. Und dementsprechend, wenn ich auf der Fehlersuche bin, habe ich dann natürlich sofort so eine Art schwarze Box und bin auf Zulieferer angewiesen. Ich kann es also selber nicht mehr analysieren. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch die nicht vorhandene Sichtbarkeit, welche Third Partys die da noch drin haben. Das heißt, dieser Service kann ja wiederum aus einer Ansammlung externer Services gestaltet sein. Und hier habe ich ja noch nicht mehr die Chance zu erkennen, ob dort irgendeine Form von Risiko auf mich zukommt. Und das ist so ein bisschen Blackbox-Denken. Auf der einen Seite kann man natürlich schöne Verträge machen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn man technisch das mitbekommt und mitbeurteilen kann. Ja, und dann habe ich natürlich auch das ganz große Problem der Kompatibilität. Das heißt, als erstes möchte ich hier API-Kompatibilität hinlegen. Das heißt, ich muss ja zu deren API kompatibel bleiben. Das heißt, sämtliche Änderungen, die sie machen, muss ich ja mitnehmen. Und das kann natürlich zu Aufwänden führen oder aber eben auch zu, sagen wir mal, Inkompatibilitäten zu Zeiten, an denen ich das überhaupt nicht gebrauchen kann. Und ein weiterer Punkt ist, dass ich hier natürlich auch mit Legacy-Systemen zu kämpfen habe. Das heißt, wenn meine Legacy-Systeme auf so ein API angewiesen sind und ich kann da nichts dran machen, aber die ändern das API, dann sind meine Legacy-Systeme natürlich auch gleich wieder von Änderungen betroffen. Und ja, dementsprechend habe ich auch hier ein Problem. Das heißt also, die Versionierung geht in beide Richtungen. Also die Änderung auf deren Seite als auch die Änderung auf meiner Seite. Und auch das muss ich eben als Risiko mit einplanen. So, und dann habe ich natürlich noch geopolitische Probleme. Das heißt, einmal natürlich ganz klassisch ist das Ding erreichbar, weil die Unterseekabel gekappt worden sind oder ist in dem Land denn eigentlich noch so ein stabiles System, wie es notwendig ist. Auch das ist ja nicht immer gegeben, je nachdem, wo das so steht. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass ich mir über, ja, Desaster in den Kopf machen muss. Das heißt, stehen die Rechenzentren von denen neben einem Vulkan, Atomkraftwerk, ist da ein bisschen Überschwemmung. Das soll ja auch hin und wieder mal vorkommen, dass ein Rechenzentrum unter Wasser steht. Also all die Dinge müssen berücksichtigt werden, eben auch bei den Zulieferern. Das heißt, nicht nur der Gerichtsstand ist wichtig, welches Recht gilt, sondern auch, wo ist das Zeug denn physikalisch. Ja, und dann haben wir natürlich Social Engineering and Pishing. Das heißt, wenn ich natürlich einen Zulieferer habe, einen externen, dann muss ich zusehen, dass natürlich der auch sicher ist gegen solche Social Engineering Attacken bzw. die Arbeit mit dem Provider zusammen, die sollte dahingehend auch abgesichert und kontrolliert werden. Weil da gibt es ja auch verschiedenste Angriffsmethoden, wenn es da um menschliche Kommunikation und damit dann um Rechte zutritt, Verwahren und, und, und geht. Also von dem her, Social Engineering and Pishing ist sofort im erweiterten Umfang zu berücksichtigen, sobald ich externe Service verwende. So, und jetzt kommen wir zum Punkt, der ist oftmals überhaupt nicht bedacht und das sind kulturelle Risiken. Das heißt, wenn ich mit externen Firmen zusammenarbeite bzw. externe Services habe, dann sind ja auch die Leute, die sich damit beschäftigen, relevant für das Ganze. Und da kann es eben sein, dass man kulturelle oder auch organisatorische Probleme in diesen Firmen hat. Und das kann dazu führen, dass eben, wenn mal wirklich Not am Mann ist und man Hilfe braucht, an ganz klassisch kulturellen Dingen scheitert, das sind ja gar keine technischen Probleme mehr, sondern das sind dann wirklich menschliche Probleme. Aber diese Risiken sind nicht wegzudiskutieren, gerade wenn man wirklich weltweit agiert und weltweit Dienstleistungen einkauft. Da gab es schon das eine oder andere an Missverständnissen, was dann zu Blockadehaltungen bis hin zu Sabotage geführt hat. Also von dem her, das sollte man durchaus auch im Auge behalten. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil, den ich noch kurz beleuchten möchte und das sind ethisch-moralische Aspekte. Wenn man also selber im Unternehmen ethisch-moralische Grundsätze hat und die Möglichkeit hat, das zu berücksichtigen und auch die finanziellen Ressourcen hat, da vielleicht auch ein Auge drauf zu werfen, dann ist das nicht schlecht. Und da gibt es eben zwei Sachen. Einmal sind man den direkten Zulieferern, nach diesen Maßstäben auch adäquate Geschäftspartner. Und wie sieht es mit deren Umsetzung aus? Also es bringt ja nichts, wenn sie mir gegenüber das ganz toll darstellen, aber sie mit fünf Firmen zusammenarbeiten, bei denen es dann eben nicht mehr so ist. Das ist nicht leicht, ist auch sicherlich durchaus ein kritischer Punkt, auch nicht ganz so einfach zu argumentieren. Aber wenn man die Chance hat und die Zeit, dann ist es glaube ich nicht verkehrt, wenn man sich damit mal so ein bisschen beschäftigt und vielleicht so die ganz groben Schnitzer versucht, da loszuwerden. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt erst einmal hier weiter wandern gehen. Das heißt also, danke, dass du bei diesem Video zugeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte das eine oder andere da noch, sagen wir mal, anteasern. Wenn bestimmte Punkte dabei sind, die du, sagen wir mal, noch selber genauer beleuchtet haben möchtest, dann lass es mich gerne wissen, ich bin erreichbar, E-Mail, Messenger, wie auch immer, man findet mich. Und dementsprechend, ja, kann ich nur sagen, nochmal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du schaust dir gleich noch ein weiteres Video von mir an. Ansonsten, was auch immer du machst, viel Spaß dabei, bleib gesund. Ich werde jetzt noch ein bisschen wandern und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Also, bis bald! Ich werde jetzt noch ein bisschen wandern und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.